Leute, Leute, Leute. Hier ist was los, ey. Ja, ja. Jetzt fang ich schon an mit Saragons Worten hier. Ey, bald fangen alle an, Türme zu bauen und keiner kriegt mal wen runtergeschossen. So, ich muss jetzt gerade mal gucken, wer von euch Tieren überhaupt bei mir ist. Ich bin alleine. Ich bin alleine unter Kiddies. Aber die können auf jeden Fall... Du spielst mit Liz Dancer und Fritzi, ja? Und deswegen springe ich direkt in den Tod. Ja, natürlich springe ich deswegen direkt in den Tod. Was soll ich denn auch anderes machen? Komm mal her, oh Gott. Komm mal her, Fafi. Nein, du ärgerst mich. Komm jetzt her, Alter. Ja, man. Ich hab schon in den Tod gesprungen, verdammt. Hier gibt's Glas, hier gibt's Glas, hier gibt's Glas. Scheiße. Glas. Brauchen wir jetzt einen grünen Turm. Oh, fuck. Oh, die schießen schon auf uns, die schießen schon auf uns. Schutzwall aufbauen, Schutzwall. Das sollen die geilsten überhaupt, die beiden. Der sieht, guckt euch das an, wie das aussieht da unten. Wo bist du denn, Sarah? An welchem Team bist du? Schnell alles aufbauen, schnell alles aufbauen. Bei dir. Oh Gott. Da ist der erste Homo first. Und abgeschossen. Nein, nicht abgeschossen. Jetzt abgeschossen. Ach, du hässlicher. Wo bist du überhaupt? Bist du wieder da oben? Warum machst du das? Du bist so verrückt. Das ist einfach nur dumm. Die Türme bauen ist nicht dumm. Das ist stupide. Triffst du die denn überhaupt? Ich will jetzt Ergebnisse haben. Ich will, dass du was bringst. Ja, aber die Türme sorgen dafür, dass die Leute versuchen, nicht abzuschießen. Dadurch... Nein! Nein! Scheiße, ne, Junge. Du wirst uns so abgeschenkt. Der Faffi hat die Taktik verstanden. Endlich mal ein Intelligenter. Aber was will man auch von einem eloquent Verklemmten erwarten? Ja, ich schieße Faffi vom Ton. So sieht's aus. Deine Mutter hat dich weggeschossen, ey. Echt? Wie denn? Pff. Wahnsinn. 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 La, 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 la. Na! Na! Ja, bitte schön. Scheiße. Oh, scheiße. Fuck, Mann. Nuschka, weißt du, was scheiße ist? Du. Nein. Kleiner brauner Haufen stinkt. Scheiße. Nuschka, weißt du jetzt wirklich, was scheiße ist? Was? Guck dir den da oben an. Der stinkt. Okay. Das ist... Ist schön, wenn man dem... Guck mal, wie rowdy es probiert. Boah, hier fliegen die Pfeile an mir vorbei. Oh. Nein, nein, nein. Oh, schade. Ich hab knapp der Pfeil runtergefallen. Baut sich einer rum. Was machst du da? Warum springst du da runter? Wahnsinn. Weil ich's kann. So einfach... Oh, ich will nicht mehr. Nein, ich... Ich... Das hat damit nichts zu tun, dass ich nicht mehr will. Also ich meine, das stimmt zwar auch, aber... Das ist ja keine Lösung hier. Okay. Habt ihr das gehört? Liebe Zuschauer von Nuschkas Play und liebe Zuschka der 80s, helft unserem Rowdy. Ja? Er hat... Er hat... Genau. Aktive Sterbehilfe, bitte. Er will... Boah, ich könnte jetzt so fies sein. Ich könnte jetzt so fies sein. Er hat die Hoffnung verloren. Ihr müsst uns jetzt unterstützen geben. Das war schon fast fies, ne? Nee, konntest du... Ich... Ich halte die Tab-Taste gedrückt. Oh! Das ist mein... Nein, motherfucker! Hast du das... Hast du das jetzt gemacht? Nein. Du bist jetzt dran, Alter. Alter! Ich war das nicht. Die haben dich abgeschossen. Teamkill. Ach, ihr kleinen Dreck-Säue. Wer war das? Wer war das? Wer hat mich schon... Jetzt vergesse ich meinen... Jetzt vergesse ich meinen Heiligenschein. Den hatte ich schon. Der steht mir nicht. Oh! Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Jetzt Heiligenschein kannst du jetzt... Damn it! God fucking damn it! Son of a fuck! Das... Das wirst du jetzt... Oh, 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 oh! Take cover! No! Ja! Damn it. Son of a... Irgendwas. Ja, ja. Leck mich am Arsch hier. Son of a bitch, man. Like mich am Arsch, genau. Like mich am Arsch. Ja, getroffen! Ich komm nicht mehr raus. Du kleine, dreckige... Ich find das nicht lustig. Ich komm nicht mehr raus. Straßentöder. Ich hab dich getroffen! Hartgeld-Hure, bitte. Nein, das wär ja noch... Das wär ja noch ein Kompliment. Habt ihr das... Gesehen? So, ich bin wieder oben. Und ich treffe dich, du... Sieger! Ja, ich hab dich getroffen! Du bist ein... Du Ficker, ey. Du Ficker, ey. Komm, komm. Wir schließen wieder Frieden. Wie? Wir schließen wieder Frieden. Jetzt hat er Angst auf dir. Mit Hunden schließe ich keinen Frieden. Weil du ne scheiß Katze bist. Oh, Mann! So, jetzt könnte er mich mal ordnen. Ich will nicht mehr. Mama. Bubu. Wir haben unseren Spaß hier oben. Kann das sein? Ich hab mal gespacht. Ja! 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 Faffi, Faffi! Ich hab überlebt, ich glaube. Der Rowdy baut sich hoch. Knall den mal weg. Ich weiß. Deswegen schieße ich den jetzt weg. Was machst du? Was machst du? Das will ich aber sehen. Der hat... Der hat ein Reaktions... Er hat ein Reaktionsvermögen wie so ein Müllwagen, oder? Ja! Deswegen macht es auch immer... Wenn er denkt. Das ist so... Wie so ein Egg auf ihn. Der, der, der lebt... Na! Rowdy lebt auch nach dem Motto, ey. Ich bin nicht langsam, ich lebe im Energiesparmodus. Das ist doch gut. Das ist eigentlich eine gute Taktik. Komm ich nicht heute, komm ich morgen. So denk Rowdy. Ja, aber dafür dann heftig. Was bin ich wieder in diesem Kackloch? Leute, ey, das kann das... Muschka, du bist im Loch? In diesem Kackloch, ja. Jetzt, das bedeutet Krieg, das ist dir bewusst, ja? Alter, du bist im gegnerischen Team. Natürlich bedeutet das Krieg, du dämlicher... Von Lust mit Lust, dich, du kleine Pissnelke. Ja, bau dir erstmal dein Material ab. Du dummer Fotzenknödel. Vielleicht ist ich Material am abbauen, ey. Und weg ist er. Ich will ihn umbringen. Oh nein, ey. Warum springst du runter? Ja, weil hier die bauen so scheiß Türme hier. Hier so scheiß Dinger haben sie gebaut. Mal schneller, dann können wir auch besser agieren, ey. Gut, dass du kein Kanonier bist, ey. Äh. Erste Bastion weggeknallt. Oh, Moment, Moment. Was macht der? Was will der hier? Oh, Leute. Oh, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, ich will die abballern, du alter Fotzenknecht. Ich mach das hier jetzt weg. Oh, ich treffe euch, ihr kleinen Sacken. Komm, ich bring dich um. Komm hierher, komm. Bring it on, bring it on. So, pass auf, pass auf. Jetzt müssen wir hier dual runterschießen. Komm, Alter, mach keinen Scheiß jetzt hier. Aber ernsthaft jetzt, ernsthaft jetzt, ne? Ja, ich mach nix. Okay, du musst nicht sneaken. Da. Oh nein. Komm, wir müssen runterhageln. Immer abwechseln. Nein. Nein, 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 da hinten der Rowdy, da hinten der Rowdy, ganz rechts. Ja. Guck mal, wie er hochguckt, guck mal, wie er hochguckt, der Otto. Ist das ein Spacko getroffen? Hast du noch einen Schneeball? Nee, leider nicht. Komm, wir kriegen den Spacko trotzdem da runter. Scheiße. Ja, 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 ja. Das war's weg. Und, Pauli, fühlt man sich so im Dauerhagel. Also, Dauerbe... Dauerbe... Fühlt man sich gut? Echt? Ja. Im Dauerbeschuss. Kommt schlimmer sein. Dauerbeschuss hier. Alter, ey, kriegen wir den da weg? Oh! Du hast mich getroffen. Ach, aber nicht... Dieser Fritzi hat mich getroffen. Nuska, du kannst dich, äh, 24 Mal noch treffen lassen, ne? Also, mach unseren Durchschnitt hier nicht kaputt, Mädchen, ja? Mauli baut dir voll ein. Ey, ich habe dazu beigetragen, dass wir so viele Punkte haben, du doof. Faffi, 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 Faffi... Also, sei lieber vorsichtig. Komm, Faffi, komm her. Yeah, Baby! Wen habe ich getroffen? Rockblock24. Wir müssen, wir müssen da so ein bisschen drüber. Ja. Wo seid ihr? Was plant ihr da, ihr kleinen Drecksäcke? Wen habe ich jetzt gekillt? Rockblock schon wieder. Rockblock ist ein gutes Opfer. Was macht ihr denn? Oh Gott. Und... Ich dachte, ich habe dich getroffen, bitch. So, kriegen wir das hin. Haha, ich habe dich getroffen, du bist nicht runtergefallen. Ich muss hier auch passen, weil... Ja, getroffen! Ach, einen Scheißdreck hast du. Bring runter. Nein, ich habe aber diesen List-Dance ab. Was sind diese Löcher? Die nerven mich, die fucken mich so ab. Und ich habe genau die Position. Diese Kack-Löcher. Was? Was für Kack-Löcher? Puffy, hier. Puffy, hier. Ich treffe ihn gleich. Oh, na! Yes, wir schaffen ihn! Ja, Mann! Weiter, wir kriegen ihn! Dieser Fritzi. Ich hasse dich. Ich hasse dich über alles. Ja! Komm, noch einen, noch einen, noch einen! Krass. Wir haben wieder runtergeboxt, die Sau. Oh, wie süß der Rowdy versucht, uns abzuschießen. Von wo, von wo? Alter! Oh, ist ja süß, der Rowdy. Wir haben uns noch nicht verstanden, dass sie uns hier oben nicht kriegen. Stell, 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 ich habe ihm das Glas weggeschossen. Ja, ich... Oh, du hast das Glas weggeschossen. Was denn von meinem Glas hier? Scheiße, warum? Alles Glas. Oh, der fällt gleich wieder. Der fällt wieder! Ja! Krass, ey. Und jetzt weiter. Das ist ja hier, ey. Guck mal, die haben keine Chance da auf der Base. Der fällt noch... Das ist ja eigentlich so Spawnpunkt, äh, zur Camp, ist ja, äh, da habe ich ja noch... Nein, nein! ...es Fan bekommen, weißt du noch, bei Battlefield 2? Ja, aber wir sind hier, wir sind 64 Blöcke entfernt, was wollen der? Das ist ja Fritz, ey. Oh. Oh, die ist, traut sich. Nein, geh weg. Kann... Ja, ja! Ich brauche eine Backup, eine Backup, eine Backup! Oh, scheiße. Oh, wow, 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 wow! Geh da weg, geh weg! Wie hat der das jetzt hierhin gekriegt? Wie hat der das jetzt hierhin gekriegt? Ja, die bauen sich hoch. Der hat gecheatet, der Wichser. Oh, ey, lass dich. Mich nervt das gerade so. Halalala! Ja! Ich zäff ihn einfach nicht. Ja! Perfekt. Lass das nicht durch. Oh, fuck, ey. Stirb endlich. Ich hasse dich. Nein! Ja! Ja! Pfaffi, kannst du mal diesen schwulen... Ey, Nuschka, du machst uns den Schnitt am Arsch! Mann, sei still! Mein Gott, ey. Dann komm doch mal hierhin, du Doof! Nuschka kann auch gar nichts. Ja, weißt du, ihr seid da oben und... Ja, super! Du kleiner... Weißt du, wir... Pumuf, das doch! Guck mal, die haben schon wieder sieben, Alter, ey! Die... Das ist Brust... Ah, Nuschka, ey! Und ich muss so dringend pinkeln. Boah, der fuckt mich so ab. Pfaffi, guck mal gerade in unsere Base, da musst du mal reinhageln. Es ist... Ihr könnt ja auch einfach mal von da schießen! Ja, ich schieß schon auf den. Nein! Ihr seid bei mir irgendwie alle frozen! Oh! Okay! Du hörst doch von frozen an! Ja, endlich! Ja, super, Nuschka! Ah, dieser Kleiner! Wir haben auf zehn aufgeholt, shit! Wir hatten drei gehabt. Was habt ihr gemacht? Warum... Der... Ich bin viermal aus Versehen runtergeschrieben. Ich kann mal... Ich kann das Spiel nicht wieder betreten. Ich bin leider rausgeflogen. Gar nicht leid. Ja, endlich! Boah, das kommt ja schon wieder! Oh, ich hoffe nicht! Nein, Nuschka, Nuschka! Ihr müsst da Schutzwände aufbauen! Super! Ich... Oh, dieser Kleiner... Dieser Kleiner Pimmel! Ja, getroffen! Hallo, der ist schon wieder hier in der Base. Könnt ihr den machen? Ja, ja, ich bin da dabei, aber der fliegt ja nicht weg. Ja, ach was. Super, scheiße. Da kommt der Nächste. Zaragon, ich brauche deine Unterstützung. Ich bin doch schon die ganze Zeit dran. Oh, fuck you! You son of a bitch! Ja, ich habe einen. Ja, Mann. Boah, das ist ja krass hier. Ja, Mann, das ist echt krass. Ich kriege den nicht weg hier, der... Der ist so pinne dran. Wer ist das? Wo kommen wir und wo kommen wir? Dieser Fritzi! Fritzi! Boah, jetzt ein Schneeball wäre nicht schlecht. Ja, ich habe den schon einmal mit dem Schneeball beworfen. Es hat nichts gebracht. Außer ein bisschen was. Oh, Leute! Manchmal wünsche ich mich... Oh, Leute! Ja! Warum fliegst du denn nicht runter, Alter? Nein, 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 nein. Okay, es gibt keine Möglichkeiten mehr. Ich muss runter. Aber was macht ihr da? Könnt ihr da mal... Ihr kleinen Idioten, weißt du, ihr baut da oben irgendeine Kacke und lasst uns hier alle im Stich. Alter. Das ist nicht normal. Wahnsinn, ey. Wahnsinn, Leute. So, der ist runter. Nee, ich habe ihn getroffen. Oh, 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 oh. Boah, hast du meine Punktlandung gesehen? Ja, Mann. Geil. Ja, Mann, ja. Ja, komm, ist der Fritzel weg? Nein, immer noch nicht. Dieser Kellerbastard. Der hat 10.000 Pfeile, weißt du? Was ist denn ein Kellerbastard? Ein Bastard, der im Keller ist. Ja, ich habe ihn. Ja, wir haben Fritzel weg. Ja, der Fritzel. Boah, ich muss so dringend pinkeln. Ist schön, wenn das so richtig drückt, oder? Ja, Mann. Wenn man das Plätschern eigentlich schon hört, so in die Porzellanschüssel rein, weißt du? So der Druck, wenn die Blase leer wird, oder? Halt die Fresse. Halt einfach dein dummes Maul. Ist das nicht ein geiles Gefühl, ey? Wenn diese Blase wieder leer ist und dieses Druckgefühl nachlässt. Halt doch mal das Maul! Mann, oh. Lass einfach laufen. Ach, da fällt mir eigentlich nur noch eins zu ein. Was war das denn? Was war das? Mal, Faffi. Faffi, lass doch einfach laufen. Du sabberst doch sonst auch immer ins Mikro rein. Ja. Oh, da ist die Pinkeln. Ich kann deine Hand umgehen. Oh, da kommt ja schon wieder dieser Fritzel. Ladies and Gentlemen, Fafnir ist dann jetzt... ...ist dann jetzt aufs Toilettchen gegangen. Pass auf, du Kleiner. Nein! Weil, Luschka, ich kann die hier noch so oft runterschießen, wie ich will, wenn du da immer runterfällst. Du bist so ein... Ich hab den eben schon zweimal runtergeknallt, so weißt du. Und du bist da oben in deinen scheiß abgehobenen was weiß ich was in der Luft hängen. Und lässt uns hier alle im Stich. Alle! Ich lass keinen im Stich. Ja. Triss doch gar nicht von da oben. Natürlich, ich hab schon öfters getroffen. Ja, dann mach mal ein bisschen hinne. Oh, jetzt seh ich nichts. Du Kleiner! Jetzt steht der Fafni da vor mir. Oh Gott, hab ich den jetzt echt getroffen? Krass. Hihihihi! Wo sind die alle hin? Jetzt ist es so ruhig hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh yeah, oh yeah, tiefenentspannt. Oh. Fühlt man sich glatt zehn Kilo leichter, ne? Oh, und das Ding ist leichter. Mindestens. Ähm, Leute? Nein. Nuschka, du musst hinter mir einen Schutzwall bitte aufbauen. In dem ich den... Boah, habt ihr die Bruchlandung gesehen? Ja. Geil. Ich hab den weggemacht. Oh, hier ist ein Loch. Nuschka, sag mir doch, dass da ein Loch ist. Das habt du selber nicht gesehen, Mann. Ich dachte, du wärst der Experte für Löcher. Nee. Töööö. Noch sowas. Tudu. Eher. Haha, Motherfucker Das darf doch nicht sein Oh, das war Saragon Ach nee, du, oh, Sarah, du bist Oh, du Kleiner Oh, einer hat das Spiel verlassen Ja, ist auch gut so Nur noch der Fritzel, nur noch der Fritzel Aber Saragon Das ist so ein Opfer Ey, wer ist denn jetzt da ganz oben von uns? Keiner Doch, da ganz oben ist jemand Ja, stimmt, tatsächlich Boah, dieser scheiß Fritzel Der nervt, ne? Der fuckt mich so ab Das ist bestimmt dieser Typ da Dieser Keller, Motherfucker Der gehört zu uns Der gehört zu uns, das ist Rocky Blaster So, der hat keine Ey, Alter, sind wir gerade hier am Wir verlieren, das ist nicht normal Also dann hatten wir ja noch nie so gut hohe Punktzahl gehabt Aber wir sind doch So, ich hab den einmal runter Na komm, wir versuchen da rüber zu kommen Wie viele Punkte haben wir gerade? Also blau hat neun Das heißt, wir dürfen noch neunmal sterben Wir dürfen noch Ey, dann waren wir die ganze Zeit noch nie so gut gewesen Doch, die Nuschka hat das alles kaputt gemacht Das ist nicht wahr, mein lieber Schatz Du erzählst Lügen Pass auf, der Fritzel, der Fritzel, der Fritzel Und ich bin im Loch Hahaha, du kommst hier nicht hin Ich hasse dich Wer ist im Loch? Oh, ich hasse dich Aber da kann mich auch keiner mehr rausschießen So, wir haben's gleich Wir müssen jetzt nur noch Alter, was ist das hier? Ich komm aus diesen Löchern nicht mehr raus Das ist ja hier voll Ja, die hab ich gerade zugemacht Mir ist das auch eben passiert Das solltest du doch kennen Aus den dicken Was? Ja, das Ich komm aus dem Loch nicht mehr raus Hahaha Oh, Rowdy, Hals, Maul Oh, Rowdy, du Was auf, Sauerkamp Rowdy, du bist so ohne Lass mir deine Fritzel Einfach runterspringen Warum springt ihr runter jetzt? Um den Fritzel zu verwirren Was? Guck mal, der will mich abschießen Obwohl da Glas davor ist Oh, Walkie Block Ist weg Aber Leute, das ist doch nur Ein einziger Oh, ich falle runter Ja, Mann Nein, 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 nein Nein, kommt Ihr müsst mir Rückendeckung geben Mann, Mann, Mann Was ist was hier für ein Team Was ich hier habe Hallo, hallo, hallo Komm, jetzt vorstipp Oh, schon wieder so ein Homo-Loch Ja, dann bau doch mal Ja, aber Oh Wie geht das denn? Oh, dieser Scheiß Diese Löcher Oh, Leute Nein Ich unterstütze dich, Targon Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein Dass der so viele noch hat Leute, Leute, Leute Seht ihr das? Oh, nein Der ist runtergesprungen Ist auch gut so Ich muss aufbauen Das ist so ein Homo-First Pass auf, pass auf Der ist hier irgendwo Der nervt mich Der schießt hier Der hat hier irgendeinen scheiß Äh, Sargon Sargon, Sargon Komm zu mir Komm zu mir Hast du noch Glas? Ne, bist weg Ich hab noch Glas Oh Mann, was ist denn los? Bin ich besoffen? Leute, habt ihr das gesehen? Ey, was geht hier ab? Das bringt es dann dauernd in den Tod Und wir verlieren deswegen Na Doch Der kommt hier hin Der versucht hier hin zu kommen Oh, warum bewegt er sich in dem Moment? Ja Der ist nur noch alleine Der ist nur noch alleine Trotzdem ist er verdammt gut dafür Dass er nur alleine ist Das ist auch ein 13-jähriger Kleiner Junge Der noch nie in seinem Leben Was anderes gespielt hat Als dieses Spiel Ein, was anderes gespielt hat, meinst du? Was anderes spielt Boah, mein Huch steht voll ein Komm, ich lenke den immer ab Wo ist der denn? Der ist in deiner Base Ich mach das wie die, äh, Cobra Ich geh immer hin und her so Wee, 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 Hypnose Dann kann er sich nicht Dann kann er nämlich nicht auf mich zielen Weil, ähm, der zu Na So, in der Zeit könnt ihr einen so einen Turm wieder bauen Boah, 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 boah Boah, nein, Fafnir Wir brauchen keinen Turm Pass auf, der kommt, der kommt, der kommt Go, go, go Bastardkind, Bastardkind Swat 4, 2 Bitte nach vorne stürmen Fafnir, du darfst nicht sterben Ich sterbe nicht Ich sterbe nicht Du darfst mich nicht verlassen Ach, so gut bin ich auch wieder nicht Ach, stimmt Hey Bitch Erso Warum? Könnt ihr den mal erledigen? Boah, es ist ein Fluch Hab ich Doch, der springt ja runter Nee Nee, ich hab ihn abgeschossen Achso, ah, cool Sauber Ey, wie lang geht das? Bis wir, äh, die 21 von dem weg haben Oder 19 mittlerweile Wir müssen in die Base kommen Ja, ich, äh, mach Feuerschutz Einer baut hin Ich hänge hier unten fest Ich muss leider in den Tod Ah, dumme Idee, dumme Idee Scheiße, ich hab keine Oh, oh Komm, wir müssen jetzt davor stürmen Können doch nicht gegen einen verlieren Hallo Warte, pass auf, Nuska, Nuska, Nuska Der kommt, der kommt, der kommt Ich weiß Nee, ich hab meine Schutzmauer aufgebaut Oh, was macht ihr hier? Nein, jetzt bin ich selber runtergefallen Nein Komm Ich hasse diesen Homo Faffi, geh gleich enrage So, Leute Hurensohn, Hurensohn Oh, fuck you Hurensohn Du kleiner Oh, ich hasse dich Ich hab ihn Stürb So, jetzt nach vorne stürmen Die Zeit nutzen nach vorne Nee, der ist unten, der ist unten, der ist unten Der ist unten Boah, ich fühl mich ja schon hier ein bisschen wie, äh This is the base Jetzt is the base Go, go, go Move, move, move Leute, das ist hier Taktik Ich stell mich hier hinten hin Wir hatten da so einen hässlichen Super Mario Sound Ich wünsch diesem Fritzel Einfach nur noch Aids Durchfall Anheilig Ach Leute Ihr müsst den doch mal ein bisschen da Wo ist der hin? Sarah, weißt du, du stehst da hinten Oh, ihr müsst den mal ein bisschen Du machst nix Bist du ein Lil Quatschlappen Ich springe doch gerade runter Du bist doch ein Trott Ich hab uns jetzt noch viel Leben rausgeholt Der Pfaffi Leute, merkt ihr das? Der Pfaffi, er will das gewinnen Ich meine Leute, wer spielt da Gameboy oder so eine Scheiße? Ich weiß es nicht Ich dachte, das war irgendwie ein Joke von jemandem, aber Ich hab voll Durst Ich hab voll Durst Ich hab was zu trinken Hinter mir ist die Wand kaputt Sarah, wir wollen aufbauen Was? Der hat mich gegen dieses Glas Und sie ist kaputt gegangen Die hättest du dann wieder aufbauen müssen Was bist du denn für ein Support? Wo ist der denn jetzt? Nein! Sarah, alter Du bist da hinten Die ganze Zeit Na, quatsch nicht rum, du hast doch gar keine Ahnung Ich glaub, die hast du nicht Weil du stürfst die ganze Zeit Bau deine Blümchenkisten weiter auf Nein! Ich kann dir gleich mal Blümchenhaft in die Fresse schlagen Du kleiner Ich hab das schon nicht laufen zu sterben Ich brauch Unterstützung Ich laufe Ich lenke ihn ab, Saragon Dann kannst du ihn vermuten Nein! Junge! Saragon Du hast Einen Knall Du hast mich jetzt am Auf, ey Ich wünschte, du bist im anderen Team Wir verstorfen dich Nein! Du bist so ein Trottel Und jetzt Wir haben verloren Warum? Ey, sag mal Seid ihr Loser, ey 13 Kills und 13 Tode Meine Leute! Boah! Mit 57 Kills? Alter Das ist zu peinlich Leute, Leute, Leute Das ist, äh Ja, jetzt ist die Verbindung unterbrochen zum Proxy Und ich möchte sagen Das war echt die längste und lustigste Runde Boah, mein Handgelenk ist taucht Ja, sehr cool Leute, wenn es euch gefallen hat Ja, dann lasst einen Daumen hoch da Ja, ein oder zwei Daumen hoch Ja, und danke für eure Geduld Ich hoffe, ihr ein bisschen eloquenter wird Spendet Wo ist eigentlich der Rowdy? Ich bin hier Er hat die ganze Zeit nichts mehr gesagt Ja, ich war ja auch raus aus dem Spiel, Mann Scheiße, du armes Ding, du Ahmes Ding Ja, ich habe mir meine Zeit mit dem Gameboy vertrieben Ach, du warst das Wir haben es alle gehört, du Idiot Also, liebe Zuschauer Das war der Rowdy mit seinem Gameboy Bis dahin Ein Däumchen, ein Comment Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao 3-3-1-Aus Mal Danke Nein, du kannst ja weitersagen Weil erst wenn ich 3-1-Schluss sagt, ist aus Ja, genau Also ist jetzt auch wirklich 3-3-1-Schluss Ja 3-3-1-Schluss 5-3-1-Schluss 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 5-3-1-Schluss